Notarzt! Oh scheiße! Was ist das? Beth, wir sollten gehen. Kokain im Wert von mehreren Millionen Dollar fiel heute früh in Knoxville, Tennessee vom Himmel. Dem Zeug gibt's mehr da draußen. Die haben's abgeworfen. Ich suche meine Tochter. Der Wald ist ein gefährlicher Ort. Hey Henry, zieh dir das rein. Da war irgendwas dran. Ein Hirsch vielleicht. Es ist viel Kokain verloren gegangen. Ich will, dass du es holst. Nein, nein, nein! Friss das nicht! Friss das nicht! Warten wir ab, was das für eine Wirkung auf ihn hat. Der Bär! Der fickte Scheiße! Er ist auf Koks! Ein Bär ist auf Koks! Da war ein Bär! Ein Bär? Voll abgepackt! Hey, sowas sagt man nicht. Sie sind sicher. Bären können nicht auf Bäume klettern. Natürlich können sie das! Natürlich können sie das! Du Scheiße! Ja! Ich schätze, das ist wohl so eine Sache, die ein Mann für immer verfolgt. Ein Apex Predator. High auf Koks. Ein Wahnsinniger. Oh! Mann, du bist am Arsch. Was stimmt nicht mit diesen Wehern? Schießen Sie! Fest, gib Gas! Komm schon. Komm! Wir haben solches Glück mit der Natur! Wow! What?